So, ihr Lieben, da bin ich wieder und es geht weiter und wie versprochen habe ich unsere Voodoo-Puppen mal mitgebracht. Ich hoffe, man kann die einigermaßen sehen. Ich habe festgestellt, dass die Wolf-Puppe leider ein Auge verloren hat. Naja, ich bin daran nicht schuld. Ich habe sie ihr nicht ausgerissen. Aber die sind schon ein bisschen hübsch, oder? Also, meine Haare waren früher tatsächlich heller. Aber Wolf hat sogar ganz kleine Piercings. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Und ein I Love Zombie-Shirt. Ich finde, das ist ziemlich gut geworden. Und ganz schön verstaubt sind die. Naja, ich setze sie mal neben mich. Vielleicht bringt es ja Glück. So, und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Warte, geht's. Es hat eine Bildung von einem Parrot auf der Front. Hübsch, das nehmen wir direkt mit. Ist da sonst noch irgendwas für mich? Und ist das Mikro an? Ja, Mikro ist an. Gehen wir mal da rein. Auch lustig, aber das nehmen wir mal nicht. I don't know. What are my choices? I only know how to get to three islands, man. What are they? Das ist where we just came from, Scab Island. Das ist die einzige island where Piraten sind free to be Piraten. Yay. Dann ist Booty Island. Das Festive French Mardi Gras party all the time, Island. Das ist run by one of die most respected und loved governors around. Gov. Elaine Marley. Yay. Elaine? Und last, there is Fat Island. A fascist dictatorship run by an overbloated pig named Gov. Fat. Here, take this easy to read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Ach, fahren wir mal nach Fat Island. Ach, jetzt sehen wir Indiana Jones mäßig unsere Reise. Na ja, er nimmt die ganz direkte Route, wie ich sehe. Und deswegen, liebe Kinder, sollte man immer nur nüchtern ein Boot steuern. Oder mit viel, viel Zeit. Ich hab doch überhaupt nicht so einen Bart wie der Typ auf dem Bild. Der versteht echt wenig Spaß. Well, Mr. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood. I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Oh? Why is that? I thought we might talk about a few things. Such as why there's a wanted poster on the wharf with my picture on it? Such as your future, Mr. Threepwood. And that of the ghost pirate, LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no. LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? He doesn't scare me. Just tell me where I can find him. I'd rather think he'll find you, Mr. Threepwood. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why you? You can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. Wortwitz, jetzt angekommen. Okay, ich hätte die Betonung vielleicht anders wählen sollen. Naja. Ja, bestimmt. Der sieht ja auch total... Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Hehe. Hello, little doggy. Okay. I hope I don't have to sleep here. Aha! A fine example of dieting gone horribly wrong. Hehe. It's a tibia. It's a tibia. So, ich dachte, er benennt jetzt alle Knochen des menschlichen Körpers, aber das dann wohl doch nicht. Oh, alle meine Sachen sind weg. Schau mal, flippe es direkt in meine Pocken. Sie nennen mich nicht der Knochen-Master für nichts. Hup. Ah. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns niemand Bonemaster nimmt. So, Hundi. Jetzt lenken wir dich mal ab. Hättest du nicht viel lieber einen feinen Knochen anstatt diesem Schlüssel? Hier, doggie doggie. Hier, boy. Yay. Tschüss, Hundi. Ich kann mir die Bilder nicht angucken. Oh, ich kann mir die Bilder nicht angucken. Das bin ich. There's a banana in here and an organ. Oh, organ. Alles klar. It's empty. Was? Ach so, falscher. Hey, das tickles. Okay, alle meine Sachen sind wieder da. Ist da sonst noch irgendwas, was ich brauchen könnte? Die Portratze wahrscheinlich eher nicht. Die Schubladen kann ich nicht anfassen. Ach, dann gehe ich einfach. Wenn ich lesen könnte, würde ich all meine Freude Zeit in der Fat City Library spenden. Reginald Blackbeard. Gucken wir mal, was es da so gibt. Ja, da kann ich ja nicht zu allzu vielen Sachen. Kann ich trotzdem reingehen? Bestimmt. Hallo. Hey, aren't you supposed to be in jail? You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. Can I go upstairs? I'm sorry, but the governor doesn't want to be disturbed while he's eating. I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. There's food or something stuck in the drain. I don't think this has been washed in about ten years. The cover says, famous pirate quotations. Careful with those pitons or we'll fall into the jelly. I think I almost woke him up. Oh. Hmm. Can I not go around the house around the house? And then I'll go back again. Maybe there? No. das geht nicht nicht wieder rein Tja, dann gehe ich eben doch wieder zurück da kann ich wohl gerade nichts machen aber immerhin bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dieses Buch für irgendwas brauche ich weiß nicht mehr für was, aber ich weiß, dass ich es haben muss ja, geh wieder zurück ein Wasserfall, den könnte ich mir auch noch anschauen oh, eine Bibliothek und die berühmte Bücherei Tja nice I'll knock okay okay dann eben nicht no more bets okay, here we go okay, wann bleibt es stehen 13 black all right you're a winner, sir which prize would you like? what you got left? we have money an invitation to Governor Marley's Mardi Gras party and a three day vacation on fabulous Hook Island I'd like the money the money it is the money it is bless your bets, please bless your bets, please give me the next number first give me the password if this is three what's this? two right the winning number will be 29 black thanks okay what do you want, kid? what's the next winning number gonna be? first give me the password you have to get it right three times if this is two what's this? five okay that's one right two more if this is five what's this? three that's two one more if this is three what's this? four okay you must be a member of the gamblers club natürlich bin ich das I don't recognize you what? you don't remember me? no but that's okay you wouldn't have gotten the password right if you weren't a member the winning number will be 14 black okay 14 black 14 black so Aber danach gehe ich in die Bücherei no more bets? ok here we go Das ist ja so schön. Das kann ja kein sehr einträgliches Geschäft für ihn sein. Du kannst nicht gewinnen, wenn du nicht spielst. Hallo. Wie geht's? Ich würde gerne eine Betten spielen. Betten kostet Geld, Kind. Ein Stück von 8 für ein Spiel. Oh ja, hier. Okay, Kind. Welches Nummer willst du? Ich würde 14 schwarzen. Okay, here we go. Gott, ich muss auch fern, mit dem Kopf zu wackeln, aber diese eingängige Musik macht es mir unmöglich. 14 Black. Du bist ein Gewinner, Kind. Welche von unseren fabulischen Preisen willst du? Geh deinen PIN. Du kannst 60 Schleifte haben. Oder du kannst die Invitation zu Gouverneur Marley's Mardi Gras Party haben. Oder du kannst eine 3-Dage-Vacation auf fabulischen Hook Island. Ah, das klingt auch gut. Well, which will it be? Aber ich habe so das Gefühl, als sollte ich die Einladung nehmen. I'd love to have the invitation. He wants the invitation. Congratulations. Thanks. You can't win, if you don't play. Kann ich dann auch noch mal spielen? Easy money. Kann ich noch mal spielen? Ich hätte gern die Reise. Oder Geld. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is four, what's this? Five? Right. The winning number will be 26 red. Ah, man muss es also nur beim ersten Mal dreimal sagen. Das klingt fair. Äh, was war es noch mal? 26 red, ne? Bless your bets, please. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? I'd like 26 red. Okay. Here we go. Ja, jetzt geht es schon wieder los. 26 red, you're a winner, kid. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of eight. Or, you can have a three-day vacation on fabulous Hook Island. Well, which will it be? I really want the vacation. He wants a three-day vacation on fabulous Hook Island. Cool. Cool. Thanks. Dankeschön. Das ist ja nett. Ja, dann gehe ich jetzt wohl bei in die Bibliothek. There are so many books here. I'll never be able to find anything. Shh. Okay, suche ich irgendwas Bestimmtes? I've had it with this card catalog. This looks like a lighthouse on a beach. Shh. Mein Gott, help me to shoo. There's a model lighthouse lens inside. This is a library. Hi. I'm looking for a book. Shh. This is a library. Whisper! Now, what is it? I'm looking for a book. Do you have a library card? No. How do I get one? I'll need some personal information. Name? Guybrush Threepwood. Address? Uh, wo wohne ich denn? 1600 Pennsylvania Avenue? Age? Um. Um, 21? Right. Occupation? Pirate. Vices? Vices? Murder, arson, thievery, that sort of thing. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only four at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Pardon me, miss. What do you want this time? Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town. That is a scale model of what it will look like. Does it work? It wouldn't be much of a lighthouse if it didn't, now would it? Actually, I meant the model. Oh. Yes, normally the model works too. The bulb is burned out right now, but there's a scaled-down lens inside. Sorry, I didn't mean to bother you. Then why did you? Good answer. There are so many books here. I'll never be able to find anything. Please be quiet. There's no one there. Huh. I think I'll try a different drawer. Nein, was? Shipwrecks. Okay, shipwrecks. Das könnten interessant sein. Gucken wir mal unter Disaster nach. Not EGP. Hihihi. I think I'll try a different drawer. Gucken wir mal unter D. Ist das ein D? Ja, bestimmt. Ist halt kreativ gemalt. Cannibalism. Das wird ja wahrscheinlich eher hinten sein, ne? Shipwrecks. Diseases. Disease. Disasters. Great shipwrecks of our century. Great shipwrecks of our century. Hmm. I'll have to remember that. Okay, ich weiß, dass ich dieses Buch brauch, wegen dem, ähm, wegen dem gesunkenen Schiff. Big Whoop. Aber was ich sonst noch brauch, weiß ich nicht mehr. Noteworthy Pirate Foods. Circuses. Circuses. Treasury of Pirate Stories. Subheadings. I think I'll try a different drawer. Nee. Hiplingo. Für Piraten. Zipcodes. Vielleicht? Lunch. Nee, das wohl nicht. Sailor in the Sea Cow. Warum ist es denn zugegangen? Sollte hinten anfangen. How much wood? Music. Das hier nicht. World's worst pirate songs. Klingelt nichts bislang. Ich glaube, wenn ich den Titel lese, dann weiß ich es wieder. Great Rock Musicians of the Renaissance. Ach, Mann. Ich bin auch nicht sicher, ob ich dafür einen Hinweis bekommen habe, was ich... Hm, das lese ich jetzt schon zum zweiten Mal. Ach so, nee, es gibt einfach mehrere... Geschichten. Magic. Oh Mann, das kann echt länger dauern. Underwear. Umbrellas. Okay, Simon Finkelberth hat sich mit Trilogien offensichtlich sehr auseinandergesetzt. Tree Surgery. Okay. Ei. Aber das habe ich doch schon... Äh. Das hat mir doch die nette Voodoo-Dame schon ausgeliehen. Toast. Headings. Okay, interessant. Ich denke, ich werde einen anderen Drawer versuchen. Mir bleibt gerade auch wirklich nichts anderes übrig, als die alle durchzugehen. Ich weiß nämlich wirklich, was ich haben will. Wishes predentary. Cannibalism. Writz ist protein source. Ich married a monster. Limit fishing. Big boog of fish. Easy way to make money. Very, very short stories. Irgents of pirate words. I think I'll try a different Drawer. Origami. Origami. Okay. Labyrinthe. Unsere haarigen Cousins. Oliven. Extermination of forced olive consumptions. Okay, da kenne ich ein paar Leute, die würden das direkt lesen. Obscenity. Obesity. More of me to love. Logie für Anfänger. Soda fountains of my youth. Ja. Honk if you have to. Normality. Give great new cheese. I think I'll try a different Drawer. Ja, immerhin bin ich schon im unteren Teil. Woodworking. Sniffing the Quark. Wild animals. Es klingelt aber auch gerade irgendwie gar nichts. Ich frage mich gerade wirklich, ob ihr jetzt da draußen sitzt und euch das anguckt. Okay, vielleicht echt unter Voodoo? Weil bei dem anderen habe ich auch so einen Querverweis gefunden. Na, okay, nee, das hier ist ja auch ein Querverweis. Das kann es nicht sein. Vielleicht irgendwas über Untoten? Vegetables. Vegetables children will eat, ja. Ich frage mich auch mal. Ich frage mich auch andere Drawer. Ich frage mich auch noch ein bisschen. Ich frage mich auch mal. Heber, oder Monkey Island 2? Dump Pirate Jokes. Scab Island vielleicht wir probieren es jetzt mal bei S Scab Island hier komm hey nochmal rein Scab Island History ich nehme es jetzt mal vielleicht war es das Scab Island History hmm, ich muss das das Operating without a net Subheadings Sharks hier kommen die nicht mehr Killers of the Deep hmm, I'll have to remember that I've had it with this card catalog vlog chưa ? die le